Der August bringt natürlich die ersten zwei Wochen unsere sogenannte frühe Vogelwoche. Was haben wir in der frühen Vogelwoche? Kümmern wir uns erstmal um unsere Gastgeberinnen. Alle Gastgeberinnen in den ersten zwei Augustwochen des Augustprogramms haben die Möglichkeit, sich unsere tolle Mikrowellenkanne vergünstigt zu bekommen. Die Mikrowellenkanne kostet für unsere Gastgeberinnen im August 18 Euro in den ersten zwei Wochen. Die Mikrowellenkanne ist ein Einsteigerprodukt für all diejenigen, die es mal testen möchten in der Mikrowelle zu kochen. Ich liebe sie zum Beispiel für Pudding zu kochen. Ich kann darin wunderbar Tortenguss zum Beispiel herstellen und wer sagt, er mag ganz gern Pudding, ist das natürlich die ideale Option Pudding hier drin zu garen. Man kann natürlich auch hier drin ein bisschen mehr mitmachen, zum Beispiel Pellkartoffeln oder wer gerne süße Sachen mag, süß gebrannte Mandeln schmecken zum Beispiel auch total lecker. Sie zeichnet sich aus durch einen geschlossenen Deckel, den ich allerdings auch zweifach verstellen kann. Ich kann ihn so verstellen, dass ich zum Beispiel raus schütten kann und kann es zum Beispiel so mit einsetzen. Zum Öffnen könnte ich auch nach hinten drauf klicken und die Kanne springt nach vorne auf und im inneren Leben habe ich die Möglichkeit zum Beispiel auch hier die Skala von 100 Milliliter bis 1 Liter zu sehen. Unsere Mikrowellenkanne für unsere Gastgeberin in den ersten zwei Wochen für 18 Euro. Du möchtest mehr Rezepte dazu haben? Ich denke deine Partymanagerin hat ganz tolle Rezepte dazu. Sprich sie doch einfach drauf an.